Und pass auf, jetzt gewinnt er das Rennen. Ich hab kein Auto dafür. Dazu nix ich da. Ich hab kein Looping kaputt, ich hab ihn nicht raus. dann rennt sind so gar nicht meins wie sie alle mit der kasinokar rumfahren ihr könnt ich hab das gas weggenommen ich bin einfach mal verdammt irgendwo der deco da fliegt einer wachs tschüss ja wenn man auch schon das war der wo wir jetzt mit dem gemütten aber warum das jetzt was ist das gar nicht passiert Nein, Enrico! Sven kennt nur auch im zogen verkehr Alter, Enrico! Oh, drei Runden! Nee, das macht er nicht! Nein! Oh, ne! Ja, weh! Warum trägt er da direkt in die Ecke rein? Ja, weh! Warum trägt er da auch direkt in die Ecke rein? also ich konnte jetzt nichts für ich bin dann konnte nicht mehr ausweichen bei euch beiden ich wollte ein kuschel ich will dir nicht, ich wollte Käfer Sven bückt dich, Käfer macht dich glücklich ich kann mir einfach nichts dazu sagen weil ich mich konzentriere der genießt einfach ja die schreibt machs mal alles gut bei dir bestimmt wieder bestimmt und merkt es nicht er wird gleich über 100 er wird gleich über runde ja ich denke ich stehe ihn schon wieder er hat aber am anfang ist mit dem wegflipp gehabt ziemlich den ersten kurven das hat max nämlich öfter mal drauf sich stimmen und es nicht merken und dann irgendwann auch scheiße ich war ja bestimmt und davon hat eine alten alten roman erzählt so die zuschauer kriegen jetzt mit der reihe zu d d morgens was war das was mich angeschoben ich habe es gar nicht gerührt doch hast du dann entschuldige bitte doch mal ein fehler alles gut ich wollte dir eigentlich gerade platz machen darfst du mich berührt mit dem lenken und dann hat mich ja nein ich gucke im rückspiegel und sehe dass du weg fliegst wo willst du hin kommst du wieder wie wir unten sind es 3 3 er ist schon die letzte lebt dem typen jetzt so am arsch ich merke doch schon gehe weg von mir alter die strecke schön ich dachte ja die andere gewesen ihr habt doch gesagt ich soll mehr rennen einfügen die raum gut er hat das war ich glaube ich musste deswegen bin ich ja diese rechts links schläger gefahrte mit irgendwelche menschen kleben kann das war wirklich klar was wir müssen auf die abstände gleich guckt das war vielleicht 0,02 oder sowas es ist eine von rockstar oder ich habe die man mit einem anderen kugel von der ich glaube sind wir gefahren in den ganzen vielen ja nehmen wir auch so und es war klappen und definitiv was hast du für eine zeit am ende 3 ich habe 3 2 3 ich weiß dass es bestimmt war ich war nur ein bisschen doch so deutlich okay es gewesen ist hier dann nicht beim sturzflug am anfang das ganze erst wieder hochgekommen habe ich angefangen damit ist es danach jetzt weil ich 2000 aber ich muss noch gewonnen hat der t20 benutzt ihr hirnisch der casino auto was ich aber interessant fand war dass der markus in der kurve raus geflogen wird oder im looping ich gucke in rückspiegel wo er ist wegen windschwatschen ich bin aber heute aber nicht wirklich fit kennt ihr das wenn die augen tränen weil die nase so verstopft ist aber jetzt was schlimmer ist wenn über dem auge du eine schmerz hast weil du nioh